Bevor das Video jetzt wirklich erst beginnt, muss ich euch nochmal kurz erzählen, um was geht es hier eigentlich. Wir haben eine Mission gespielt, die ich schon mal versucht habe und da bin ich kläglich daran gescheitert. Und jetzt habe ich mir ein Team gesucht und mit dem Team wollte ich halt versuchen, alles ohne Probleme zu machen. Aber leider hat es überhaupt nicht funktioniert und ja, also viel Spaß. Ich glaube, es wird mit der Gruppe ein paar Anläufe zwar gebraucht, aber es funktioniert. Ja, es geht schon. Es geht zwar nicht gut, die Leute, aber... 2000 Jahre später... Und, die war bitte? Ja, ist soweit, weil... Ich bin echt wieder, what the fuck, wo... Ja, der Bruder hat doch das Rad, aber ich bin nicht so viel, der ist hier... Ja, passt. Alter, der Typ hält viel zu viel aus. Sorge. 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 Jo, machen wir. kommt die mission mit diesem typ der so absolut viel aushält und ja ich weiß aber ich sterbe dann immer weil das so lange dauert so nachdem jetzt alle missionen geschafft haben kommt jetzt die letzte mit dem endgegner und das war einfach absolut der abfuck also das spiel ist aber echt nicht gemacht weil man manchmal schuckt man sich obwohl man das ist das system alters wie viele kommen die denn noch alter das ist so lächerlich wie soll man das schaffen ich werde einge ich werde eigentlich den scheiß schauber kommt der boss und kriegt mich ja junge wird der fack das geht ja gar nicht du kannst es ist da muss man dann hast du diese games wo du drei stunden dran musst du so eine kacke das bringt ja nicht mal was wenn du es schaffst da war ja war ich doch lang noch nicht so wir haben diesen typ mal diesen typen der so viel zu lange überlebt ja man kann ja weiter kommen ja eins abschlossen ja aber das hat echt so lang gedauert normal digga Davis pack einfach ab wenn es zu einfach ist stoff